Und ich bitte Sie und ich bitte die Menschen in diesem Land, ich bitte die Politiker, die in diesem Land das Sagen haben, bitte heben Sie die Stimmen dieser Menschen hervor. Es ist womöglich unsere allerletzte Chance, umzulenken. Wenn diese Eskalation der Gewalt nicht jetzt zu beenden ist, erleben wir möglicherweise eine dramatische, gefährliche Änderung in der Welt und in unsere Gesellschaft, die wir vielleicht nicht mehr in den Griff kriegen. Ich befürchte mich vor dem Zivilisationsbruch, weil wir reden so lange über die Werte, über die wir uns angeblich geeinigt haben seit dem Zweiten Weltkrieg, aber inzwischen sind wir nicht mehr so gut darin, es zu verstecken, dass wir diese Werte nur selektiv einsetzen. Die Menschen verlieren das Vertrauen in uns und wenn sie das Vertrauen in uns verlieren, werden sie sich nicht mehr an diese Werte halten wollen, genauso wie sie sehen, dass wir uns nicht an diese Werte halten.